Hey liebe Camping-Freunde, ich bin Max von Camperland-Bong und hinter mir, da steht der Hobby Prestige 560 WLMU, ein ganz toller Wohnwagen, sogar mit separatem Bad und ich würde vorschlagen, vorher starten wir mit den Highlights, viel Spaß damit. Kommen wir einmal zu den allgemeinen Fakten Hobby Prestige 560 WLU, für was steht denn das WLU? Das W für den Heckwaschraum, das L für die Einzelbetten, die liegen direkt davor und das U für die tolle Rundsitzgruppe vorne im Bugbereich und jetzt kommen wir mal zu den Längen und Breitenangaben, weil wir haben eine Gesamtlänge von 7,56 Meter und eine Aufbaulänge von 6,39 Meter, also ohne die Deichsel und die Breite beträgt 2,50 Meter und ihr merkt schon, aufgrund der Maße hat man ein tolles Raumgefühl, gleich im Fahrzeug und das Ganze noch auf eine Achse sogar. Ja und jetzt kommen wir mal zum Umlaufmaß, das beträgt 10,16 Meter, passt aber bitte auf, wenn ihr das Fahrzeug aufgelastet bestellt, dann kann es sein, dass sich das Umlaufmaß ändert, also besser nochmal nachfragen oder nochmal nachmessen. Kommen wir einmal zu dem Gewicht und weil das schon so viele Zahlen waren, blenden wir euch die an der Stelle einmal ein, weil wir haben jetzt hier eine Masse im fahrbereiten Zustand von 1422 Kilo und beladen dürft ihr den bis 1600 Kilo, also habt ihr eine Zuladung von 178 Kilo und da bin ich ehrlich zu euch, das ist zu wenig, zumindest für mich. Ihr könnt ihn sogar auflasten auf 2 Tonnen und dann habt ihr natürlich jede Menge Zuladung, also eine klare Empfehlung und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir einmal zum Exterieur über, wir starten vorne an der Deichsel. Starten wir einmal vorne bei der Anti-Stinger-Kupplung, das ist die Anti-Stinger-Kupplung von Knot, das ist die Knot KS25 und direkt dahinter sitzt einmal das Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige, super praktisch, dadurch wissen wir einfach wie viel Gewicht auf unsere Anhängerkupplung lastet und jetzt drehen wir uns mal um und werfen mal einen Blick hier in den Flaschenkasten rein, weil da haben wir einmal Platz für 2,11 Kilo Gasflaschen, optional könnt ihr auch 5 Kilo Gasflaschen mitnehmen und wer möchte, kann natürlich ab Berg die Duo Control nachrüsten lassen oder beziehungsweise mitbestellen und das Thema Duo Control, das hat euch der Christian nochmal erklärt, schaut da gerne mal in die Videobeschreibung rein, dann haben wir hier auf der linken Seite einmal den rollbaren Abwassertank und ihr bekommt natürlich von Hobby noch einmal den Tritt mit dazu. Wir schließen das mal, bleiben hier vorne im Bugbereich, weil schaut euch mal das Riesenfenster an, serienmäßig mit dabei und man kann es natürlich nochmal öffnen und den Vorteil von diesem Fenster sehen wir gleich, wenn wir im Innenraum angekommen sind. Jetzt kommen wir hier mal zur Vorzeltseite und schauen uns das Blech an, das Blech ist jetzt hier mit einem Hammerschlagprofil, hat natürlich zwei große Vorteile gegenüber einem Glattblech, aufgrund dieser Struktur kann es nämlich dünner sein, wir haben einen Gewichtsvorteil und wenn da mal ein Dächchen drin ist, dann fällt das nicht direkt auf. So und wir gehen direkt mal hier zu diesen Vorzeltdosen, einmal hier die Universal-Vorzelt-Außensteckdose mit einem 230 Volt Anschluss, auch sehr schön, da kann man mal einen Grill anschließen oder die Kühlbox und direkt darunter hat man die Möglichkeit ein TV-Signal einzuspeisen oder abzunehmen, wenn man eine feste Sattanlage hat. Daneben einmal der CE-Stecker, die Hauptstromversorgung für unseren Wohnwagen und jetzt würde ich vorstellen, gehen wir mal ein bisschen weiter zurück, weil wir gucken uns den mal von der Seite an, weil ist das nicht ein schicker Wohnwagen? Wir haben jetzt hier auf der Fortsetzseite drei Fenster integriert, sogar serienmäßig bereits getönt, man kann von außen nicht direkt reinschauen, von innen aber super raus und wir haben jetzt hier unser Fahrzeug sogar mit einer Leichmetallfelge bekommen und das liegt daran, dass wir das Fahrzeug aufgelastet haben auf zwei Tonnen. Und links direkt daneben sitzt einmal unsere große Serviceklappe, schaut da mal rein, hier passt doch ein bisschen was rein, Tisch, Stuhl, Kiste Wein, Kiste Bier und das Praktische ist natürlich auch, dass wir einmal das Ganze von innen be- und entladen können, weil wir können die Betten aufstellen, da sind sogar Gasdruckdämpfer drin, die halten das dann in der oberen Position. Und jetzt gehen wir einmal Richtung Heckbereich, weil schaut euch das Heck mal an, sportlich, automotiv, so wie wir es von Hobby kennen und was natürlich besonders schicke sind, sind diese Rückleuchten, hier ist ein LED-Bahn integriert, es sieht eigentlich nicht nur schick aus, es hat auch einen praktischen Vorteil, ihr werdet einfach noch besser erkannt bei Schlechtwetterfahrten. Jetzt haben wir hier auch die Rangiergriffe in einer angenehmen Höhe, sogar hier mit so einer Chromspange, wirkt das sehr wertig und passt natürlich perfekt zur Prestigebaureihe. Jetzt gehen wir mal weiter, wir kommen hier auf die andere Seite und hier hinten im Heckbereich sitzt der Eimer unser Heckwaschraum und deswegen ist hier die Klappe auch zur Toilettenkassette und die kann man sich sogar hier so verlängern und kann das ganz praktisch hinter sich herziehen, wir müssen die gar nicht mehr tragen, das ist doch Komfort. Jetzt schließe ich das einmal und schiebe die auch wieder rein und die Toilette, die nimmt das Spülwasser aus unserem Frischwassertank und jetzt gehen wir auch mal weiter dafür, kommt mal mit, weil hier sitzt einmal der Einfüllschutzen für unseren Frischwassertank, der fasst jetzt 50 Liter und bei so einem Fahrzeug mit einem Heckwaschraum empfehle ich zum Beispiel immer noch den City-Wasseranschluss mitzubestellen oder nachzurüsten, weil dann haben wir eine Dauerwasserversorgung für unseren Wohnwagen, heißt ihr müsst nicht immer mit der Gießkanne laufen und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Hier sitzt nämlich einmal der Einlass und der Auslass von unserem Slim Tower Kühlschrank, der fasst jetzt hier 133 Liter, das ist der neue von Dometic, den schauen wir uns gleich innen drin auch nochmal ganz genau an und hier vorne, ihr hört das schon rauschen, da ist der Auslass von unserer Kombi 6 Heizung, ganz cleveres System und das sehen wir uns gleich mal drin an, kommt mit. Schauen wir uns einfach mal die Tür am Anfang an, weil die Tür hat eine gewisse Dicke, einfach aus dem Grund, dass in dem Bereich keine Kältebrücke entstehen soll und wir haben natürlich praktische Fächer hier nochmal integriert, schaut mal oben und hier unten und da ist sogar ein Netz mit dabei. Ein Mülleimer darf natürlich auch nicht fehlen, der sitzt hier einmal in der Mitte, sogar mit integriertem Kehrblech. So, das stecken wir mal hier wieder rein. Ja und für sowas steht einfach Hobby, Hobby hat innovative Ideen und wir haben natürlich auch hier in dem Türbereich serienmäßig die Fliegenschutztür mit dabei. Finde ich immer ein Must-Have. Und jetzt gehen wir einfach mal rein, schaut euch mal diesen tollen Raum an und starten tun wir in der Rundsitzgruppe mit dem Farbdekor Prestige. Und das Farbdekor Prestige heißt Eichemoe Weißleder und Weißleder aus folgendem Grund, weil hier unten das Weiße in so einer Lederstruktur ist, es sieht super schick aus, die Polsterkombination heißt Viva. Ja und es gibt sogar alternativ noch ein anderes Polster und wie das aussieht, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Ja und jetzt steigen wir mal so richtig ein hier in dieser tollen Bug-Rundsitzgruppe und wir gucken uns als erstes mal die Staufächer an. Wir beginnen mal hier links, da nochmal clever unterteilt, was ich auch schön finde, wir haben hier rundum an die Ambientebeleuchtung, hier nochmal hohe Fächer und wir haben hier in dieser Rundsitzgruppe auch nochmal Eckleuchten integriert und die Lichter, die kann man sogar dimmen. So, dann machen wir nochmal hier das Fach auf und was ich auch toll finde, da guckt man hier oben die Scharniere, richtig an so einem Aluprofil befestigt. Das ist doch mal wirklich wertig und es wirkt auch sehr stabil und hat auch eine gewisse Haptik dahinter. So, wir schließen das mal, wir setzen uns jetzt mal in die Rundsitzgruppe rein. Ja und das ist doch auch mal eine Rundsitzgruppe, weil man kann sich hier so richtig gemütlich machen, man kann sich hier schön in die Ecke flitzen, aber man kann auch mit der Familie mal einen schönen Tag hier drin verbringen, weil man kann ja mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen vielleicht hier an diesem Platz sitzen. Man hat vor allem auch einen großen Tisch, dass man zusammen essen kann, man kann Karten spielen und das macht das doch so richtig komfortabel hier in diesem 560 WLU. Und was ich auch schick finde, dass man immer den Blick nach draußen hat, weil ich kann nach draußen gucken, egal wo ich sitze und das macht diesen Raum einfach noch viel breiter, so lichtdurchflutet und man fühlt sich wirklich frei und darauf kommt es ja an, wenn man im Campingurlaub ist und dafür machen wir jetzt auch mal ein Fenster auf, damit ihr mal sehen könnt, wie der Mechanismus dahinter funktioniert. Ja, wir haben jetzt hier vier Arretierungen und die Fenster, die kann ich in drei Positionen einstellen. Ihr hört das jetzt gleich auch einrasten, schaut mal. Erste Position, zweite Position, dritte Position, das ist die maximale Öffnung und man hat natürlich hier an den Fenstern im Aufbaubereich überall Fliegen, aber auch Verdunkungsplices, die man sogar in drei Positionen einstellen kann, finde ich wirklich sehr angenehm. So, dann machen wir das mal hoch und wenn jetzt mal vielleicht ein Schlechtwettertag ist oder es läuft Formel 1, dann möchte man auch mal Fernsehen schauen. Ja, und das kann man auch perfekt hier aus der Rundsitzgruppe, weil wenn man hier sitzt, dreht euch mal um, da sitzt der Fernseher. Ja, man kann einen Gelenkhalter platzieren, den kann man nachrüsten oder bergmit bestellen und dann kann man den perfekt auch richtig in den Raum stellen, dass man aus der Rundsitzgruppe schauen kann, aber natürlich auch aus dem Bettbereich. Und wenn ihr den Fernseher woanders hinhaben möchtet, dann können wir das für euch natürlich auch noch realisieren. Ja, und jetzt kann man nicht nur so schön hier drin sitzen, wie ich gerade in dieser Rundsitzgruppe, man kann hier sogar auch schlafen. Wenn Besucher vorbeikommen, wenn die Enkelkinder mitreisen möchten oder wenn die Kinder hier noch mal vorbeikommen. Und das machen wir jetzt mal zusammen. Wir bauen mal zusammen hier die Rundsitzgruppe um. Es geht einfach, wir haben hier die Arretierung, die drücken wir nach oben, ich ziehe es nach vorne weg, klappe es in der unteren Position ein. Dann geht man hin, zieht die Sitzkissen in die Mitte, die Rückenpolster, die legen wir einmal um. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und jetzt ist hier so ein ganz kleiner Keil und dafür nähen wir unser Keilkissen und das kommt jetzt hier einmal rein. Zack, und so schnell habe ich schon ein Bett umgebaut und das ist einfach ein verdammt großes Bett. Und wie groß das Bett ist, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Und wenn ihr jetzt den Schlafkomfort noch etwas optimieren möchtet, dann holt euch doch eine Rollmatratze oder noch einen Topper. Dann spürt man hier die Ritzen nicht so und dann kann man das wirklich als langfristige Bettmöglichkeit nutzen. Und jetzt bauen wir das mal wieder zurück und während wir zurückbauen, schauen wir auch mal in die Staufächer rein. Beginnen tun wir einmal hier auf der rechten Seite direkt im Eingangsbereich. Ich hebe mal die Klappe hoch und schaut euch das mal an, wie groß die Staufläche hier drunter ist. Hier kann man perfekt nochmal was platzieren, also man kann auch ein bisschen Gewicht vorne zur Deichsel bringen. Jetzt gehen wir mal zur anderen Seite, gucken mal da rein. Und ihr hört es vermutlich schon so ein bisschen rauschen, weil hier in dem Bereich sitzt ja die Heizung. Die haben wir gerade mal wirklich auf höchster Stufe angemacht, weil es sehr kalt draußen ist. Und das ist unsere Truma Kombi 6 Heizung. Und das Kombi steht dafür, dass man die Heizung mit einem Warmwasserboiler integriert hat. Dadurch ist es natürlich energieeffizienter. Und das Gerät steuert man ganz smart über das CP Plus Modul. Und das CP Plus Modul, das sitzt hier hinten im Heckbereich, direkt bei den Betten. Schaut da mal drauf. Ganz cleveres System. Da können wir gerade genau einstellen, wie warm es werden soll. Und das Paneel, das hat euch der Christian auch schon mal erklärt in einem separaten Video. Das haben wir euch nur in meiner Videobeschreibung verlinkt. Und das heißt aber nicht, dass ihr es nur über dieses Paneel steuern könnt. Und das Fahrzeug hat Hobby Connect serienmäßig. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Und dazu gehört nämlich dieses Bedienpanel einmal hier oben. Man hat jetzt die Möglichkeit natürlich hier drüber das Licht an- und auszumachen. Ich kann hier drüber einmal sehen, wie voll mein Autotak-Batterie ist, wenn ich eine mitbestellt habe. Ich kann auch sehen, wie voll mein Frischwassertank ist. Also wir haben auch eine Frischwassertankanzeige natürlich serienmäßig integriert. Die Fußbodenerwärmung, wenn man sie mitbestellt, kann man einmal hier oben drüber anmachen. Und jetzt kommen wir zum Namen Hobby Connect. Man kann es mit seinem Handy verbinden. Dafür drücken wir oben die Bluetooth-Taste ein bisschen länger. Wir öffnen uns hier die Handy-App, verbinden es jetzt hier via Bluetooth. Das geht wirklich ganz smart und ganz einfach. Und jetzt habe ich so tolle Optionen und kann darunter unter anderem auch die Heizung anmachen. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, das Gerät ist jetzt verbunden. Wir gehen mal weiter in den Dashboard-Bereich. Schaut mal hier, hier kann ich einmal die Lampen an- und ausmachen. Man kann hier sogar mit Dimmstufen arbeiten. Man hat die Möglichkeit, hier den Frischwassertank nochmal abzulesen. Die Heizung kann ich hier einstellen, wenn ich sage, Mensch, 24 Grad ist mir zu warm. Ich gehe mal auf 22 Grad. Dann kann ich das sogar aus dem Vorzelt rausmachen, also im Radius von Bluetooth. Beim Wassertemperatur kann ich einstellen und ich kann sogar den Kühlschrank in Betrieb nehmen. Und das ist Camping, das ist Smart und Smart Home hat auch im Campingbereich jetzt ihren Platz gefunden. Und wir machen das jetzt hier mal wieder schick im Rundsitzgruppenbereich und dann sehen wir uns in der Küche wieder. Wir sind im Küchenbereich angekommen und als erstes schauen wir uns mal die Staubfächer an, weil die sind nochmal gut durchdacht, aufgeteilt. Schaut mal hier mit so einem Trennboden, da kann man perfekt Teller, Tasten, Schüsseln, alles unterbringen. Hier in der Mitte haben wir nochmal so ein Schiebefach und da kann ich super zum Beispiel eine Kaffeemaschine integrieren. Und die Steckdose, die können wir euch da noch nachrüsten. Das Brett hier kann man übrigens verstellen oder komplett auch rausnehmen. Und unser Fahrzeug hier haben wir auch mit der Vorbereitung Dachklimaanlage bestellt und deswegen liegt das Kabel hier mit dabei. Darum geht es aber eigentlich nur sekundär. Primär geht es nämlich um die Vorbereitung hier im Dach, das heißt das Dach ist verstärkt. Hier kommt die Klimaanlage rein und es ist nicht so, dass dadurch ein Dachfenster entfällt. Können wir übrigens jederzeit nachrüsten für euch. Das schließen wir mal, damit die Fächer auch gut ausgeleuchtet sind, haben wir hier so drei Spots. Und hier an der Seite nochmal so offene Ablagen hier und die nutze ich zum Beispiel mal gerne für Gewürze. Die passen da super rein und durch die Lippe rutschen die Sachen da auch nicht raus. Jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer und das ist auch super schick gemacht. Wir haben jetzt hier nochmal diese Anthrazit-Töne aufgenommen. Das gleiche haben wir hier nochmal hinten. Wir haben hier so eine Küchenrückwandverblendung und in dieser Verblendung sind es dann auch nochmal Anschlussmöglichkeiten. Zwo, 230 Volt Anschlüsse, perfekt für Küchenutensilien. Da drüber einmal die Möglichkeit, das Licht hier in dem Küchenbereich an- und auszumachen plus einen USB-Einschluss. Und das ist schon serienmäßig so. Wir öffnen jetzt auch mal zusammen den Drei-Flammen-Kocher. Man kann perfekt hier dran kochen und man braucht auch kein Feuerzeug, um diese Kochflamme anzumachen. Ein Piezo-Zünder ist bereits integriert. Schaut mal, so schnell geht die Flamme an. Und jetzt kann man das hier über den Regler auch nochmal perfekt dosieren. Und man kann natürlich auch an allen drei Flammen gleichzeitig kochen. Und wenn man fertig ist mit dem Kochen, dann kann man das auch wirklich sehr einfach sauber machen. Ihr schnappt euch einfach das Rost, zieht es raus, nehmt einen feuchten Lappen, wischt einmal sauber durch und dann habt ihr das schon gereinigt. Und wenn ihr da mal den Abwasch machen wollt und ihr wollt jetzt nicht direkt zum Spülhaus gehen, schaut mal rechts von mir. Da ist die große Spüle jetzt gerade, ist da noch die Glasklappe, Glasklappe, Glasplatte drauf. Die öffnen wir mal, weil da haben wir einmal ja eine tolle Spülmöglichkeit nochmal und die ist größer als im Vorjahresmodell. Finde ich auch nochmal gut durchdacht und vor allem haben wir hier natürlich auch nochmal Warm- und Kaltwasser. Gehen wir mal eine Etage tiefer und schauen uns mal hier die Beladungsmöglichkeiten an. Wir haben nämlich hier in der obersten Küchenschublade einmal so einen Besteckschublade einsatzintegriert, sehr gut zugänglich auch hier die drei Absperrventile für die Gasanlage. Jetzt machen wir das mal zu, öffnen mal darunter die Schublade. Wir haben hier so einen Push-Lock-Knopf, damit kann ich die Arretierung lösen und hier haben wir doch mal Platz, Platz für Pfannen, für Töpfe, für Teller. Beachtet aber nur, dass es nicht über 10 Kilo beladet. Und schaut mal hier, sogar mit einem Soft-Close-Jarnier, ich arretiere die schon mal für die Fahrt, öffne nochmal unten, das war für euch. Das ist ein bisschen kürzer, das liegt daran, dass dahinter der Radlauf sich befindet, finde ich aber gar nicht schlimm. Und wirklich durchdacht ist auch noch eine Sache hier in diesem Korpus, schaut nämlich mal hier. Noch mal so ein kleiner Auszug, da kann man sein Küchenhandtuch super aufhängen, finde ich wirklich praktisch. Und direkt daneben sitzt der Kühlschrank, der neue Kühlschrank von Dometic mit 133 Liter. Das ist ein Absorber-Kühlschrank, der über drei Energiearten laufen kann. Also über 230 Volt, über 12 Volt während der Fahrt oder ganz autark über Gas. Man hat jetzt hier die Möglichkeit, auch diese Staubfächer perfekt hier so ein bisschen sich noch zu verstellen. Hier unten passen auch diese 1,5 Liter Flaschen rein. Und wir haben natürlich auch einmal ein Gefrierfach integriert, was sich hier oben befindet. Und der Clou von diesem Kühlschrank ist, dass man ihn sogar von beiden Seiten öffnen kann. Da kann man sich quasi aus dem Bett noch ein Getränk schnappen. Unter dem Kühlschrank ist noch mal eine Staumöglichkeit. Das mache ich noch mal auch für euch. Schaut mal, auch da noch mal wirklich jede Menge Platz. Und sowas nutze ich zum Beispiel vielleicht für Schuhe oder für Putzutensilien. Da kann man das noch mal clever unterbringen. Das schließen wir mal und jetzt drehen wir uns einfach mal um. Weil gegenüber von der Küche sitzt einmal so ein bisschen die Multimedia-Ecke. Ich hatte es eben schon mal angerissen. Hier sitzt unser Fernseher, wenn ihr einen mitnehmen wollt. Da drüber haben wir direkt die Vitrine. Die ist ja typisch Hobby, wenn man das sagen kann. Man hat sogar hier die Möglichkeit, ja noch die Gläser mit reinzustellen. Die liefert euch Hobby sogar mit bei dem Fahrzeug. Das machen wir mal zu. Und direkt hier unten drunter in der Ablage. Aber auch noch mal Staumöglichkeiten. Und Jacken, Blusen und Hemden kann man super hier in dem Kleiderschrank unterbringen. Schaut da mal rein, wie groß der ist. Oben ist natürlich die Kleiderschrank drin. Hinten durch haben wir auch einmal ein bisschen die Bordelektronik versteckt. Ich zeige euch das mal. Wir haben nämlich jetzt hier einmal den Umwandler von 230 Volt aus 12 Volt, den Sicherungsautomat, Lichtsteuermodul. Und hier an den 230 Volt Anschlüssen kann man natürlich perfekt den Fernseher anschließen, der auf der anderen Seite dann liegt. Jetzt schließen wir das mal. Wir werfen einen Blick mal hier unten drunter rein. Weil auch hier haben wir noch mal ein Fach, was wir nutzen können. Auch noch mal wirklich groß. Also überall jeden Winkel noch mal genutzt. Das schließen wir mal und kommen mal so langsam Richtung Schlafbereich. Und der ist wirklich durchdacht. Weil schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier zwei Einzelbetten. Haben wir rundherum noch mal Stauffächer. Und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Wir öffnen die einfach mal zusammen. Guckt euch das mal an. Durchweg überall noch mal hier getrennt. Man kann das übrigens auch rausnehmen, wenn man möchte. Da kann man auch perfekt mal T-Shirts, Hosen unterbringen. Und natürlich haben die auch alle einmal hier ein Soft-Close-Scharnier untergebracht. Hier nochmal hohe Fächer. Und das gleiche haben wir nochmal auf der anderen Seite. Auch die machen wir nochmal kurz auf. Hier gewohnte Qualität wie aus der Grundsatzgruppe. Schaut euch mal hier das Scharnier an. Auf so einem Aluprofil befestigt wirkt das Ganze natürlich wertig. Und Hobby hat ja einen schönen Slogan. Gebaut fürs Leben. Und da kann man nur zustimmen, wenn man sich das hier anschaut. Hier auch nochmal öffnen. Schaut mal auch hier das hohe Fach. Und am Kopfende haben wir einmal noch eine Ablage. Und vor allem natürlich auch mit einem Stromanschluss. Der ist nur versteckt, dass man ihn von vorne direkt nicht sieht. Der sitzt einmal hier hinten in der Ecke. Ein 230 Volt Anschluss. Wir haben hier unten einmal die Möglichkeit, Licht an- und auszumachen. Jetzt sehen wir auch nochmal die Ambientebeleuchtung. Das Fach ist beleuchtet. Aber natürlich auch oben einmal unsere Hängeschränke. Und was auch schick gelöst ist, dass wir so eine Verteflung hier haben. Und das Dekor, das spielt sich ja in dem ganzen Fahrzeug wieder. Es wirkt einfach verdammt stimmig. Sehr durchdacht. Und so möchte man ja auch gerne verreisen. Und jetzt kommen wir mal zu den Betten. Und die Betten sind auch verdammt groß. Und wie groß die Betten sind, das blenden wir euch an der Stelle einmal ein. Und vor allem hat man auch einen guten Schlafkomfort. Wir haben nämlich jetzt serienmäßig einmal Federkernmatratzen mit dabei. Und wer möchte, kann optional ab Werk noch die 7-Zonen-Kaltschnaummatratze mitbestellen. Wobei diese Federkernmatratze, die reicht mir vollkommen. Weil schaut mal, das ist auch eine richtige Matratze, wie man es von zu Hause kennt. Die hat eine gewisse Dicke. Das Ganze wird natürlich nochmal unterstützt hier durch ein richtiges Lattenrost, dass man halt wirklich gut schlafen kann. Und jetzt öffnen wir mal das Bett. Weil schaut euch das mal an. Hier haben wir natürlich die Stausfläche, die wir schon gesehen haben von draußen. Die kann man jetzt auch von hier innen super be- und entladen. Und jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite rein. Schaut mal hier. Auch hier haben wir nochmal Platz. Da sehen wir auch unseren großen 50 Liter Frischwassertank. Da kommt man auch gut dran, wenn man das Ganze mal reinigen möchte. Finde ich auch immer ganz wichtig, damit man sich da nicht so in die letzte Ecke legen muss. Also durch und durch durchdacht. Und jetzt kommen wir mal zum Highlight von diesem Wohnwagen. Und das ist hier hinten ein Heckwaschraum. Und ihr geht einfach mal vor. Komm jetzt mal mit rein. Und wir beginnen hier mal in dieser tollen Dusche. So, ich gehe einfach mal rein mit Schuhen, damit ich euch das besser zeigen kann. Weil ich bin zum Beispiel jetzt 1,88 groß, wiege 90 Kilo. Und ich habe Platz verdammt viel sogar hier in dieser Dusche. Wir haben hier auf der linken Seite einmal unsere Armatur. Kann man nochmal in der Höhe verstellen. Wir haben hier eine schöne Beleuchtung. Und vor allem, damit nicht der ganze Wohnwagen nass wird, auch nochmal hier so ein Plissé, was man zuziehen kann. Schaut mal. Und dann kann man sich hier wunderbar auch bewegen. Auch für die Personen, die ein bisschen kräftiger gebaut sind. Ich komme da raus. Wir schauen uns jetzt mal das Waschbecken an. Weil das ist doch einfach mal groß. Was mir auch gefällt. Dieser Farbkontrast weiß zu schwarz. Und unter diesem Waschbecken haben wir auch nochmal Staumöglichkeiten. Schaut mal hier. Clever unterteilt nochmal zwei Fächer. Und die haben wir auch nochmal hier oben. Perfekt für unsere Hygieneartikel. Guckt mal hier rein. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Ja, und jetzt tauschen wir einfach mal die Plätze, damit wir uns den Rest mal in Ruhe anschauen können. Weil hier oben haben wir auch nochmal ein Fach, was wir beladen können. Und ihr seht schon den tollen Spiegel. Dahinter auch nochmal Staumöglichkeiten. Damit wir unser Handtuch zum Beispiel auch aufhängen können. Dann sitzen hier einmal drei Möglichkeiten dafür. Und wir haben natürlich hier eine Toilette. Eine vernünftige Toilette und das Thema Toiletten. Das hat euch der Christian schon mal erklärt. Das haben wir euch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Links davon haben wir natürlich noch unseren 230 Volt Anschluss. Und die Möglichkeit, dass hier in diesem Heckwaschraum auch Licht an ist. Jetzt komme ich mal raus. Raus aus dem Heckwaschraum. Weil eine Sache, die muss ich noch ansprechen. Weil wenn ihr zum Beispiel mal Besuch bekommt. Oder ihr wollt ein bisschen eure Zweisamkeit haben. Dann kann man das hier sogar noch trennen. Dann haben wir hier noch so ein Verdunkungsplissé. Oder so ein Trendplissé. Was man nochmal zuziehen kann. Ein perfekter Sichtschutz, aber kein Geräuschschutz. Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir fürs Fazit einmal nach draußen. Wir kommen zum Fazit vom Hobbyprezidisch 560 WLU. Und das ist doch mal ein toller Wegbegleiter. Wenn ihr einfach die Autarkie liebt. Und vor allem so ein Heckwaschraum. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schreibt uns gerne. Wir kommen hier aus dem Rheinland. Wir haben drei Standorte. In Kerpen, in Wessling und hier im schönen Rheinbach. Wir beraten vor Ort, aber auch ganz bequem digital. Wenn ihr nicht gerade aus der Ecke seid. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Bis bald. Euer Max. Bis bald.